Ahoi liebe campingfreunde zu einem neuen video auf unserem kanal kreuzfahrtcamper ja es wurde zeit wir haben es ja in einem der weihnachtsvideos gesagt wir wollen euch ein bisschen was berichten und zwar was wissenswertes wintercamping genau was man so machen kann was man was wir machen vor allen dingen mit welchem equipment wir unterwegs sind denkt das interessiert auch einige und ja das kommt jetzt alles in dem video ja und wann geht es los nach dem intro beginnen wollen wir mit der außenaufnahme was haben wir gemacht an unserem fahrzeug draußen genau damit es halt winterfest ist ich gebe euch feedback wir haben draußen keine hülle das haben wir nicht gemacht weil wir raus gucken wollen und deshalb machen wir es nicht ich kann es nachvollziehen wenn man einem längeren platz irgendwo ist dass man das macht dann macht das auch sinn natürlich alles gut oder wenn man einen teil integrierten voll integrierten hat weil da kann man das so eine extra garage machen hier in so einem kasten ist alles offen da holst du die feuchtigkeit hier echt nur in den wagen rein deshalb haben wir nicht solche haubutze einfach vorne drauf und jetzt erklärt euch stefan glaube vorne beginnen wir mit dem scheibenwischern mit den schuhen jawohl jetzt könnte man sagen was soll man denn bei den scheibenwischern machen nun ja also wir haben das gesagt wir haben solche überziehsysteme sozusagen wo wir die scheibenwischer abdecken können und sie sind auch von unten halt so ein bisschen abstand zu der scheibe dass sie nicht so fest frieren das heißt wir könnten sie jetzt auf die scheibe legen und da passiert nichts dran wenn die scheibenwischer eingepackt sind dann vereisen die nicht so weil das schmelzwasser beziehungsweise das wasser was auf dem wagen schmilzt und dann wieder hier anhaftet das macht dann natürlich auch das gummi kaputt daher haben wir auf jeden fall diese super schuhe sozusagen die sogenannten scheibenwischer schuhe die schützen unsere scheibenwischer und sie sind dann auch tagsüber einsatzbereit und wir müssen die nicht großartig vom eis befreien als zweites gadget haben wir noch so eine schöne schippe die schippe empfehle ich jedem der im winter unterwegs ist also auch wenn er jetzt so unterwegs seid oder sowas die kann man schnell mitnehmen als sandschippe oder sowas wenn man sich mal eingegraben hat wir haben hier eben gerade so ein bisschen frei geräumt ja klar natürlich ist das mit so einer kleinen schippe mühselig aber es klappt schon und das ist ja wichtig dass ihr euch eine fahrspur macht wenn ihr seht wie scharf die auch hier ist ja wir haben nämlich da eine echt gespitzte schippe die findet dann natürlich auch wieder unter dem video als link verlinkt und die hat natürlich auch gleichzeitig noch so ein eispickel ich habe sie jetzt gerade festgeschraubt das heißt ich schraube sie einmal bisschen los so dann kann ich das ganze drehen das gesamte system und dann kann ich es wieder fest schrauben und wenn ich jetzt mal was hartes habe oder so kann ich da auch rein also man kann damit schon noch ganz gut auch mal eis und so weiter frei machen ansonsten ist die sehr klein verpackt das packmaß zeigen wir euch gleich mal noch mal eingeblendet das fotografiere ich einfach einmal wie das dann aussieht und ja genau das finde ich ja lustig das heißt theoretisch könnte er mit dieser schippe da morgens um 8 die leute aufwecken und dem er einfach auf den stein klopft bing 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 genau steine werden hier geklopft ja aber könnte ich junge du hast 1 für draußen noch vergessen ich glaube du musst noch mal hinten an den koffer rum ran ja so ein besen der besen der ist natürlich auch noch wichtig sehr sehr wichtig auch noch gleich hier seht ihr noch mal das packmaß jetzt habe ich es doch einfach einmal zusammengepackt so einfach ist das klein handlich und kann dann schnell mal weggepackt werden ansonsten haben wir natürlich noch ein besen der besen da hast du den vorteil dass du den auch umstellen kannst damit du auf dem dach auch dran kommst um den schnee zu befreien das ist mit einrast funktion und teleskopierbar das ganze hat zwei teleskopierungen geht dann sozusagen auch die möglichkeit auf drei meter 30 glaube ich insgesamt und so kommt er überall oben auch vernünftig dran und könnt auch das auto dort schön vom eis und schnee befreien zu den reifen können wir euch sagen da sind wir hier im winter in norwegen sehr gut mit bisher zurechtgekommen haben wir die ganzjahresreifen von michelin und zwar die agiles cross climate wir haben die standardgröße von dem ducato das heißt das 225 75 r 16 c und ja traglast glaube ich sie liegen wir bei 116 118 oder so was sind die angegeben das sind die extra für die für die transporter reifen mittlerweile soll wohl neuer reifen auf dem markt sein der extra für camper entwickelt wurde also auch agiles und cross climate allerdings mit einem camper zeichen dahinter oder camper extra für die camper ausgerüstet und wenn wir wirklich nicht mehr weiter kommen haben wir noch die von p waag die service suv schneeketten dabei brauchten wir hier bisher noch nicht haben wir bisher noch nicht gehabt aber dabei haben ist besser als nicht dabei haben und sie dann brauchen ja straßenverhältnisse hier in norwegen sind eis und schnee auf der fahrbahn und damit kommen diese reifen wunderbar klar auch noch bei steigung von zehn prozent war es kein problem in ein skigebiet zu fahren doch eine sache von außen haben wir noch wir haben noch vernünftiges licht eingebaut wir haben nicht diese ich sag mal ganzen strahler die man da alle kriegen kann für die camper sondern wir haben die normalen osram h7 würden eingebaut sowohl für abblendlicht als auch für fernlicht also die nightbreaker die led nightbreaker weil du sagst jetzt nur hallo wenn du nur h7 sagst ja stimmt das klingt man auch nicht irgendwie normal nein aber da habt ihr genug videos von gesehen und diesen top auch hier bei den witterungsverhältnissen und lichtverhältnissen genau also auch im dunkeln in norwegen null problem super sache so und jetzt gehen wir rein denn eigentlich war es ja mal der plan wir wollen euch jetzt zeigen wie wir es drinnen mollig warm machen das heißt ihr musstet jetzt ein bisschen aushalten aber wer lange aushalt wird jetzt auch bedient wir gehen nämlich jetzt rein denn da ist warm genau also ab geht's jawohl jetzt wollen wir euch natürlich noch erklären was wir denn hier drinnen gemacht haben zwei socken angezogen zwei socken genau nein wir haben erstmal uns gedanken darüber gemacht wie kommt hier eigentlich die kälte rein und zwar hauptsächlich ist das haben wir zumindest so festgestellt von vorne so jetzt kann man natürlich sagen gut man kann ja draußen eine haube aufmachen hast du gesagt wollen wir aber nicht weil wir auch raus gucken wollen also haben wir uns überlegt wir legen einfach hier eine ordentliche decke drüber die ist ungefähr so dick das also eine die hat eine coole decke sie hat nämlich hier so ein weicheres zeug so eine art fließt genau und auf der anderen seite ist es ein bisschen rauer sag ich mal genau und die kann man auch zum kissen zusammen machen also das ist so ein zwei ein guter zweck sozusagen für beides was haben wir gemacht wir haben es einmal komplett über die vordere armaturenbrett rübergelegt und vorne hinten haben wir dann im prinzip an den an den jalousien unten an dieser stange an den plesee stange haben wir dann mit wäscheklammern die einfach mit vier wäscheklammern einmal in jeder ecke und dann auf dem weg nochmal jeweils mit einer klammer befestigt so dass sie nicht mehr runter fallen kann werden es erst immer nur so drauf gelegt aber dann rutscht es runter genau das hält enorm viel wärme also kälte ab das bringt richtig was wenn das jetzt wärme ab hätte dann klatsche ich dir ja ich brauche es warm ja ja nein das hält wirklich viel kälte ab und dann haben wir noch als zweite sache weil wir wollen ja dann zu sehen dass die scheiben so ein bisschen zirkulieren können das können sie ja dann auch haben wir solche vorhänge gebaut ja hier sieht man es aber besser auf der seite oder da genau diese vorhänge den haben wir im prinzip an der einen seite eingehängt und dann sind wir im prinzip oben an die an den nothaltegriff ja ich weiß auch nicht richtig heißt und hier vorne an die an die sonnenblende ran ja der nächste geht dann an die sonnenblende wieder und hier vorne verbinden sie sich schon so jetzt könnte man natürlich das hier vorne mit auch wäscheklammern zusammensetzen weil die andere seite kommt ja dann auch dazu so machen wir es auch so machen wir es auch allerdings haben meine eltern eine gute sache weil die haben nämlich druckknöpfe dort eingesetzt und diese druckknöpfe also besser gesagt habe ich sie eingesetzt aber diese druckknöpfe die werden wir wahrscheinlich hier auch noch mal nachrüsten vermutlich dann kann man die gleich zusammen klicken dann ist das viel einfacher ja und das bringt schon wirklich sehr sehr viel also wenn ihr da die kälte dann raushalten wollt dann macht das so und beschlagen der fensterscheiben ja unten morgens so viel ungefähr aber nicht so wie man das kennt mit triefendem wasser das nicht sondern einfach nur beschlagen so und dann ist gut das war's also ansonsten gibt es da keine weiteren probleme das bringt auf jeden fall eine ganze menge was die kälte hier vorne betrifft unser fahrzeug hier ist mit einem beheizten abwassertank ausgeliefert worden das ist diese lampe die hier sozusagen leuchtet in der nacht muss ich sagen stört sie machen wir sie auch aus aber tagsüber wird sie dann wieder eingeschaltet aber nur dann wenn wir am strom hängen wenn wir nicht am strom hängen gibt es eigentlich wenig probleme dann wenn wir dann warmwasser im prinzip ja produzieren und das in den abwassertank rein laufen lassen dann ist das ist das sozusagen wieder wieder frei also wieder nicht gefroren sozusagen aber wir wollen uns noch um die heizung kümmern denn für die heizung das ist noch ganz wichtig wir stellen die heizung hier um eine bessere zirkulation im fahrzeug zu haben und mehr wärme dann sozusagen auch nach vorne hin zu bekommen weil unsere heizung ist hinten unterm bett stellen wir das gebläse auf diese high stufe bin ich gerade im falschen moment so jetzt gehen wir mal auf das gebläse und es gibt hier einmal den eco modus und einmal den high modus und wir benutzen hier den high modus der high modus der ist dann natürlich auch ein bisschen lauter und ein kleines bisschen mehr strom wird verbraucht allerdings genau wir blenden da mal ein ein allerdings dadurch dass zwar mehr strom verbraucht wird haben wir aber hier zumindest eine bessere zirkulation und feuchtigkeit setzt sich nicht so viel ab für die feuchtigkeit machen wir auch noch eine kleinigkeit und zwar haben wir im badezimmer und hinten im schlafzimmer eine dometic medihäki sind das medihäki oder mini häki glaube ich die lassen wir so viel aufstehen so dass die luft im prinzip so ein bisschen trotzdem raus kann und zirkulieren kann das ist halt wichtig das ist wie so eine zwangsentlüftung um den den die feuchtigkeit raus zu kriegen ja dann gibt es nur noch beim kochen eins zu beachten wenn ich koche wo viel wasser mit im spiel ist mache ich oben auf und ich mache auch noch das seitenfenster auf hier an der seite das mache ich auf lüftungsstellung so dass im prinzipiell die kalte luft rein kann und nach oben kann die die verdampfte luft also die die man dann beim kochen hat gleich wieder abziehen so habt ihr dann auch viel viel weniger luftfeuchtigkeit im auto ich glaube marcel das waren so alle unsere dinge die wir für den winter und jetzt bei minus 16 grad ja auch getestet haben die ganz gut geklappt haben ja stefan das sind so die großen und ganzen die sachen die wir hier machen damit ist schön muckelig warm in dem auto bleibt wir haben noch was erkannt das ist so natürlich an der schiebetür war zwar schon eine sehr sehr gute qualität was das muss aber die sagen ja die türen und das muss man sagen die türen und sämtliche türen sind nämlich isoliert also da ist so ein ammer flex zeug drin so dass das auch wirklich definitiv nicht ganz so kalt ist aber metall ist nun mal trotzdem eine wärmebrücke das ist genau das merkt man auf jeden fall und gerade hier hat man es bei dem vorderfenster merkte man es sehr einfach ich bin froh dass dieses ding da ist und schon ist es richtig angenehm muckelig und wie gesagt ausgetestet hatten wir schon im bulli wir hatten ja dann im weinsberg pepper ist es ja auch schon und wir können damit sagen so sind wir wintertauglich und kommen wirklich sehr sehr gut hier bei minus 16 grad kein problem wir hatten es muckelig warm wir hatten keinerlei probleme also ein rundum gelungener winterurlaub den man machen kann ob jetzt in norwegen in schweden finnland oder halt unten in österreich dann ist egal mit so einer guten ausstattung keinerlei probleme genau und jeder muss so ein bisschen selbst für sich das herausfinden und auch auf sein fahrzeug noch mal hören wenn das die schiebetür zum beispiel nicht so gut isoliert ist macht da noch eine decke vor zum beispiel das kann man auch machen oder so aber da muss man so ein bisschen das für sich selber natürlich dann auch noch mal rein tasten für uns für den malibu ist das hier ausreichend und ist optimal und so wenn wir auch weiter unseren winter camping erleben hast du fertig ich habe fertig woran erinnert das ich weiß gar nicht in diesem sinne bleibt warm bleibt gesund bleibt uns gewogen und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen wieder von unserem kanal kreuzfahrt camper zum beispiel also so 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 Untertitelung des ZDF, 2020